Jetzt haben wir wieder, haben wir wieder Wahlen, 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 echt, ist so, ist so, das hätte mir mal einer sagen sollen, das hätte mir mal einer, blöd, blöd, blöde SPG, Mann, 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 dieser Schröder, den kenne ich auch nicht, gehabt, 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 den Vogel, den schon seh, den, 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 takt, eine Fressehau, als wenn ich die eine mit einem hässlichen Anzug da jedes Mal sehe, genau, mit ihrem grünen Anzug, mit ihren Dogen, mit ihrer Dogenhose, hallo, drei Knöpfe, drei Knöpfe, drei Knöpfe, hallo, hallo, aber wenn ich die da mit ihren Anzug, mit, da hat sie ein rosa Jackett hat die an, oder hier, so ein beiges, so ein beiges, wirklich so, wirklich so, also die, ich find die Frau, die find ich so grausam, und dass die überhaupt Deutschland vertritt, die Partei, Die Partei, die Partei, die Partei, ich wundere mich immer, wenn, wenn Gabi mir das immer sagt, ne, ja, heute kommen, heute kommen die Leute von der Partei, ja, so was, ja, ja, heute kommen die Leute von der Partei, da ist der Laden wieder voll, wieder voll, wieder voll, am 25. Mai ist Wahltag, wählen Sie die Partei, oder bleiben Sie gleich zu Hause. Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö